Ein roter, roter Kreuz, da hast du was versäumt, wenn's du nicht mit ihnen zusammen fahrst. Wenn die dich zusammen verfahren, ja, fahren sie in den Hänger, ja, hauen den Hänger zusammen, ja, und das Auto auch gleich, ja. Und dann kannst du ja alles bezahlen, ja, wenn du zur Versicherung hinaufgehst und sagst, der ist mal nicht mit den Hänger eingefahren, ja, dann sag dir auch sofort, das Rote Kreuz ist unschuldig, ja, unschuldig? Das glaubst du selber nicht sogar, ja, aber irgendwo, wenn's du irgendwo einmal gegen das Rote Kreuz was sagen tust, dann schreien alle gleich, was sagen die gleich, ja, die schreien sofort, sofort schreien sie, ja, in den gleichen Ort, und so weiter, und so weiter, ja, auch sogar, das Rote Kreuz darf alles, ja. Ja, ich frag mich, ach wirklich, ja, warum tut man das Rote Kreuz nicht auseinander, ja, denn sie haben zu viel Rechte, ja, da müsst man sich schon fürchten, ja, das ist ein Staat, ein Staat, ja, ja, das gehört doch wirklich nicht mehr her, das Rote Kreuz zerteilt auch mehr, und dann werden sie vielleicht freundlicher, bitte sehr. Ja, ja, das Rote Kreuz hat zu viel, macht doch, ja, der ist wie Staat in Staat, ja, das kommt, da sollt nicht in Frage kommen, ja, aber es ist halt so, so, ja.